herzlich willkommen liebe zuschauer zu episode 47 von anthem wir spielen mal wieder mit dem storm schön ich glaube ich bin in der falschen richtung unterwegs ja da war irgendwo ein fragezeichen epic ember so 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 Was ist das? 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 Das ist das, was nicht so, was ist das, wie ich mich Sachen auswählen. Es ist das, was ich nicht so etwas anwählen. Ich habe mich um die Schmerzen. da ist was da ist ich kann jetzt nicht mehr fliegen gerade ich will aber oben hin die Drill Das war's. Ja, ein kleiner Witz am Rande. Wo war das Fragezeichen? Irgendwo hier. Aber unter uns. Ja. Ah, keine Skripplings. Challenge complete. Ja, keine Skripplings. Ja, keine Skripplings. Ich habe das Dominion Camp gefunden. Gut. Entschließt sie und find ein Fragment. Nö, erstmal muss ich hier den schönen See erkunden. Wo ich mich wieder in den langweiligen Kampf stürze. Okay, hier ist zu. Aber hier nicht. Jetzt hat man hier schon so eine schöne Höhle und jetzt ist hier nichts drin. Wobei, das ist hier ein Eingang zu irgendeinem, zu irgendeinem Dungeon, so wie es aussieht. Oh ja. Dann ist es doch sinnvoll. Aber ich schätze mal, ich werde gleich zurückgebeamt. Ja. Weil ich zu weit weg bin. Was ist das? Irgendeine Art von Monument, irgendein Schrein. Schrein. Du bist auch da? Oh ja. Du bist gut. 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 Das war's. Schießt auf mich, aber guck mich mal wieder nicht an. Schießt auf mich. Schießt auf mich. Schießt auf mich. Schießt auf mich. Die Welt ist schon ziemlich schwer und lahm zu bereisen, wenn man nicht fliegen kann. Schießt auf mich. 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 Was ist dein Motto wieder, Freelancer? Ja, das ist das. Vor Dominion, sie haben zwei Furies. Ja, sie sind echt mean. Furies, nicht die sie flanken. Trust the Freelancer on this one. Oh god. Makes things a little easier. Ja, das ist die letzte. Wir haben es. Freelancer senden Cooperation at its finest. Ja. Ach was. Wir gehen jetzt einen trinken. Was für eine Sentinel Tradition. Sehr besonders, ja. Military Pursuits. Ja, cool. Haben wir auch die Bryn Storyline abgeschlossen. Ja. Ja, okay. Ja. 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 Okay. Oh, jede Menge Zeug. Kann man wahrscheinlich alles vergessen, aber wobei, das wird wahrscheinlich auch eine Menge Zeug für den Storm sein. Ich schätze mal, ich hätte 5-10 Minuten weniger gebraucht, wenn ich den anderen Javelin gehabt hätte, aber das ist egal. War trotzdem cool. So. Also ich werde mal den 54er noch nicht... Ähm, ähm, salvagen. Ich werde den erstmal noch lassen. So, a rare machine pistol, a rare heavy pistol. Okay. 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 So. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich denke, da ist durchaus schon eine Menge Bedeutung drin, wenn man so eine wichtige Mission gemacht hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wo seid ihr? Ah, da rechts. Guten Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, was? Tja, dann gleich zum nächsten Mal. Leighton, how are things? Wie jetzt? Er meint, dass ich irgendwann ihn nicht mehr gut finde. Glaube ich aber nicht. Das war nicht. Ich war die Unbezügliche Hand, die Flocken in line. Als ich einen stöhnen, sie sterben. Viele stöhnen. Das war nicht einfach. Das war nicht einfach. Ich hatte auch physicalen Talenten. Strength, Agilität, Marksmanship. Die Dominion put diese zu use. Ich war aus dem Weg, auf Missions. Ich schaffte die enemy's Ciphers, dann habe ich sie mentalisiert, um sie zu extraern, die ich zuerst. Ich habe mich zu Ende ihre Agony, was ich gemacht habe. Ich habe mich, mit einem Blut in der Schmerz, der Schmerz. Da waren so viele von ihnen, ich verpasst. So, was du jetzt meinen, Freelancer? Ich gebe dir recht, für ehrlich zu sein. Das war eine wirkliche Wahrheit. Eine Wahrheit, ich kann mich nicht mit mir vorstellen. Ich habe diese Dinge gemacht. Ich verstehe, warum deine Frau ist über dich. Mehr als alles, ich will sein, der Mann, die sie denken, ich kann sein. Die andere Tag, ich habe eine Frau und seine Mann, etwas Butter. Es war einfach. Es war real. Es ist das Leben, ich will. Was hältst du zurück? Die Erinnerungen, nicht nur die Erinnerung. Ihre Frau hat gesagt, dass du dich sprachst? Die Schmerz, dass du ein Cipher bist. Es ist alles ein Schmerz. Ein Wort kann ein Erinnerung, und dann eine andere, ich dachte, ich habe vergessen. Wenn ich denke, ich kann es fühlen. Ja, er hat schlimme Dinge getan. Was mit ihr passiert, ich denke, es wird dich entfernt. Hm. Kann ich wieder wieder sein? Talk to your wife. Nadira kann helfen, sie ist über dich. Nein, Schäme. Nicht bis ich das verstehe. Ich brauche etwas Zeit, um zu denken. Ich verstehe. Ja, Schäme ist in uns selbst. In der Regel nicht in den anderen. Ja, starker Tobak. Hey, erinnerst du Karilla und das Paket, und wie sie diesen Mann tönt hat, und du sagst mir, zu den Sentinels zu gehen? Als die Mötung begann, hat es einfach Sinn gemacht, um die Autoritäten zu beteiligen. Oh, du hast einen guten Telefon gemacht. Wenn wir zurückgekommen, war nichts da. No Karilla, no Package, und wenn ich sie verstanden habe, war es nichts. Was die Sentinels sagen? Der Kommandere, Vuhl, sagte ich war glücklich, dass sie mich nicht verraten, für die Zeit verraten. Ich war confused, relieved, und verraten, alle gleichzeitig. Und die wunderschöne Sache ist, dass die Sentinels leften, Karilla shows up. Ich weiß. Ich weiß. Sie sagt, danke, Amal. Und dann, er gibt mir den liebsten Kissen der gesamten Leben. Ich hoffe, dass sie ihren Teil der Ember bekommen hat. Das Paket war mit Ember? Es ist verrückt, was die Leute für Ember tun werden, hm? Und jetzt ist sie weg. Ihr Ort ist leer, und ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Das solltest du auch nicht weiter verfolgen. Maybe that's for the best. She's a dangerous person. Maybe it's best she's out of your life. Yeah, I guess she did kill that guy, but he was gonna kill me, but she did try to give me the package. Das hört sich alles nach massiver Manipulation an. Oh man. Aber ich hätte ihm auch falschen Rat geben können, und dann hätte er was auch immer erlebt. Oh, Yarrow, was machst du denn in der Bar? Einen saufen. Wir fielen. Wir singen, wir tanzen, wir trinken. Wir trinken. Es hat wirklich ein paar trinken. Ich will nicht entspringen. Aber jetzt musst du tanzen. Komm! Okay. Ich muss. Ja, da sind wir. Ach ja, der gute Yerro. Tanzt in voller Uniform. Oder, naja, nicht in Uniform. Ja, in seiner Ausgehuniform. Ja, nice. Noch mehr Leute, die mit mir reden wollen? Nein, ah, aber hier gibt es was. Ein Contract. Ein Legendary Contract. Aha, interessant. Den werden wir uns gleich mal anhören. Für Matthias. Hi Leute, wie geht's euch? Interessant. Interessant. Ich muss sagen, ich hab doch wieder ein bisschen Spaß dran gefunden, einfach die Nebenmissionen, die weiterzuspielen. Auch wenn's manchmal langweilige Contracts sind. Aber ist doch ein bisschen was. Der Kopf von dem Mädchen hier rechts ist viel zu groß. Okay. Aber hier sitzen mittlerweile viel mehr Leute. Es ist viel mehr los. Die Stühle sind, ja, man merkt schon, dass sich was verändert hat in dieser Stadt. Kann man irgendwann da rein? Das würde mich echt interessieren. Kann man irgendwann hier rein? Durch diese Tür, wo jetzt dieses Gerüst steht. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es nicht geplant gewesen ist, dass man da rein kann. Weil das sieht einfach offensichtlich danach aus, dass es hier mal weiter geht. Okay. Wir starten die nächste Mission. Was machen wir? Wir machen nicht den Legendary Contract, den machen wir noch nicht. Wir machen den normalen Contract daneben. Freelancer Work. Ja. Bleibt mir nichts anderes übrig, mal wieder als. Danke zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Und macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.